Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Susanne, ich darf mich recht herzlich für die Ehrung bei der Gemeinde Essingen bedanken. Danken möchte ich aber allen denen, die mir in dieser Zeit zur Seite gestanden haben, mich begleiten bei meinem Vorraum. Denn ohne die ganzen Menschen hätte ich das alles nicht geschafft. Einer alleine kann das nicht erreichen. Darum einen ganz herzlichen Dank an die lieben Menschen, die mich dabei unterstützt haben. Auch ich sehe nach vorne. Ich bleibe stehen, wer mich kennt. Und darum habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, ein Orga-Team Essinger Kerbe zu gründen. Das ist mir auch gelungen. Mir geht es hierbei nicht nur um die Gestaltung der Kerbe, um Bestellung von irgendwelchen Zelten oder Grünschränken. Nein, mir geht es darum, die Essinger Kerbe attraktiver zu machen. Januar oder Februar, ziemlich zeitnah, müssen wir uns zusammensetzen und uns unterhalten, Gedanken machen, Vorschläge bringen, wie wir die Essinger Kerbe attraktiver machen können, wieder mit einem Umzug etc. rapidi. Darum bitte ich um Ihre Mithilfe. Wer da Interesse hat, soll sich bitte bei mir melden, damit wir die Essinger Kerbe wieder attraktiver machen können. Vielen Dank.